Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, denn wollen wir mal wieder zurück zum Kriegstisch. Denn wir brauchen ja rotes Lyrium für Dagnar. Damit sie damit definitiv keine Hüte machen kann. Und dann wollen wir hoffen, dass das kein böses Omen nimmt. Und hier ist ja immer noch, ne, es räumt doch mal wenigstens die Steine hier weg. Der arme Kriegsrat hier. Aber gut, müssen wir mal gucken, wo wir denn da auch hin müssen. Und auch nochmal hier ein bisschen freiräumen. Und wir haben natürlich Inquisitionsboni. Wir haben mehr Gegenstände. Na komm, wir nehmen jetzt erstmal hier natürlich den Inquisitorpunkt. Fragen bezüglich eurer Abstammung erhalten. Ach, Andraste, stehe mir bei. Meinetwegen könnt ihr diese Briefe gerne als Brennmaterial benutzen. Nein, gibt sie mir. Ich will wissen, wer sich nach unserem Kommandanten verzehrt. Wir können diese Informationen zu unserem Vorteil nutzen. Ich bin kein Köder. Sieht einfach nur hübsch aus. Okay, gut. Ressourcen der Hinterlande holen wir uns einmal ab. Dann haben wir hier noch Ressourcen des Pfahlbruchs. Holen wir uns auch ab. Und Tyranda Stahl-Axt. Der Jade-Schinken. What the fuck? Okay. Der Steinbärenstamm ist uns für die Relikte überaus dankbar. Tain Sonhaar. Zufolge sind sie bereits neue Geschichten über ihre Legendenanführer entstanden. Und über die Inquisition, die ihnen ein derart großzügiges Geschenk gemacht hat. Interessanterweise hat es die Avar übrigens keineswegs überrascht, dass Tyranda eine Magierin war. Während die fereldischen Geschichtsbeschreibung diese Tatsache vergessen hat. Wurde sie unter den Avar als offenbar als ausgesprochene Wahrheit hingenommen. Schwester Durkanes Guren. Was ist denn der Jagdschinken? Okay, gut. Und ja, haben wir den auch bekommen. Wir haben jetzt neue Verhandlungen. Und drüben sehe ich auch schon die ganzen Dinger. Die dann Elfenruinen untersuchen. Aha. Kostet nur 5. Mhm, 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 mhm. Ja gut, fangen wir hier hinten erstmal an. Ein Bericht von Cullen Speer. Im Morgen wurden rote Templer gesehen, deren Waffen und Rüstung mit Zwergenrunen verzichtet. Es gibt keine bekannte Einträge zu den tiefen Wegen der Gegend. Und laut Orsama werden keine Händler vermisst. Allerdings führen sie über Oberflächenzwerge nicht Buch. Möglicherweise haben die Venatori Zwergensklaven, vielleicht aus Tevinter, nicht ihre übliche Wahl. Aber auch nicht das erste Mal, dass sie etwas Ungewöhnliches tun. Ich empfehle weitere Entmittlungen. Okay, Spione sind damit am besten. Dann wollen wir doch mal sehen. Na, dann schau dir das mal an. So, dann haben wir jetzt hier oben noch, ähm, ein ehrwürdiger Gefallen. Botschafterin Monolith, es war mir eine große Freude, euch im Winterpalast zu begegnen. Eure Anwesenheit am Hof ist wie das erste Erblühen der Lilien im Frühling. Im Geist der Freundschaft biete ich der Inquisition eine einmalige Gelegenheit. Wie ihr vielleicht wisst, steht Königin Wilhelm von Anderfels kurz vor ihrem Feier des dritten Geburtstages seines einzigen Sohnes, Prinz Baldwin. Die Feierlichkeiten werden recht üppig sein und Vertreter nahezu jedes Führerhauses in Cedars werden Geschenke überreichen. Wilhelm ist ein äußerst frommer Mann, selbst für einen Ander. Ein Geschenk des Herolds von Andraste könnte die ewigen Zustimmung derer zu Anderfels nach sich ziehen. Mit besten Wünschen, Selene Falmouth. Okay, gut, dann Josefine. Leg mal los. Verschwundene Klingen. Okay, ja gut, machen wir jetzt mal mit Cullen. Ada, ich weiß, ihr seid schwer beschäftigt, die Haaraugen zu sagen, was sie tun sollen. Wir haben aber ein Problem. Karis wollte mit einem Trupp eine Karawane eskortieren und hat sich noch nicht zurückgemeldet. Also habe ich Aschad und Aschad 2 auf die Suche geschickt. Ich habe sie auch nicht wieder gemeldet. Ich hoffe, ihr könnt sie finden. Langsam gehen uns die Aschads aus. Und wir haben nur einen, den einen Karis, auch wenn er nervt. Sein Trupp ist in Ordnung. Ich hätte ihn gerne zurück. Ja gut, Kallen, dann Suchaktion starten. Ja gut, wir haben jetzt hier einmal Elfenruinen und sonst nichts. Ja, jetzt sind natürlich alle unsere Leute mega beschäftigt. Das heißt, wir können den ganzen anderen Rest gar nicht erst machen. Wir wollen aber auch was machen. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Elfenruinen. Geht auch nur mit Truppen. Inquisitor, wir haben Fortschritte in Dierenheim gemacht. Den Grab der Smaragdritter. Die Anlage scheint größer zu sein als erwartet. Da mein Hüter an diesem Unternehmen nicht interessiert war, möchte ihn uns ja vielleicht die Inquisition unterstützen. Ich würde nur ungern mit leeren Händen nach Hause zurückkehren. Ich bin sicher, die Zusammenarbeit wäre für uns beide von Vorteil. Und außerdem ist das alles sehr aufregend. Der Ort muss doch auch eure Fantasie anregen. Na gut, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Einige unserer Soldaten haben sich mit den Elfen in Dierenheim getroffen. Die Elfischen Ruinen in den Smaragd-Wäldern. Ihr Anführer Taven möchte mit uns zusammenarbeiten, als Zeichen der Kooperation zwischen der Inquisition und seinen Clan. Allerdings sind einige seiner Gruppen strikt gegen unsere Anwesenheit und die Pläne der Inquisition. Unsere Interesse an der Verbesserung der Beziehung zu den Daelish wäre viel überzeugender, wenn ihr einen persönlichen Treffen zustimmen würdet. Cullen Okay. Ja, da kommen wir aber jetzt nicht hin. Wo kriegen wir denn jetzt das persönliche Treffen her? Gut, sonst haben wir ja jetzt eigentlich auch nichts. Ich kann da irgendwie nicht schnell reisen. Zu den anderen Orten kann ich zwar schnell reisen, aber hier kann ich nicht schnell reisen hin. Und wir waren doch schon bei den Daelish. Gut, irgendetwas stimmt hier nicht. Jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Gucken wir mal kurz ins Tagebuch. Der Weg des Inquisitors. Hier wartet der Abgrund. Triff dich im Klammwald mit Hawks Verbündeten aus den Reihen der Wächter. Äh, okay. Sonnenaufgang. Okay, wir sollen jetzt zum Kartentisch und, äh, das ist es aber auch nicht. Und wenn er Tore weniger finde, den mächtigen Riss. Ja, aber wo soll ich den mächtigen Riss dann finden? Hm. So, das waren die Tore. Kehre zum Grab zurück. Okay, ich glaube, das wäre das eher... Achso, Smaragdgräben. Ja, jetzt glaube ich, äh, sind wir auf der richtigen Seite hier. Ja. So, ansehen. Und dann sollen wir... Ei. Bis da ganz oben hoch. Ach, zu dem. Okay. Gut, jetzt habe ich es auch verstanden. So, dann nehmen wir unsere Truppe einmal mit und bestätigen. Das Gute ist, wir haben das ja schon alle so weit durch. Und jetzt gucken wir, dass wir auch mal so ein bisschen die ganzen Nebenquesten fertig kriegen. So, jetzt sind wir da. Das sind Tavens, Leute. Die meisten von ihnen sind unbewaffnet. Einige haben nicht mal Abwehrwunden. Sie wurden offenbar überrascht. Ihr müssten eigentlich Soldaten der Inquisition sein. Ja, eigentlich schon. Gut, wir haben ja jetzt noch mal einmal einen Attributpunkt. Den werden wir uns jetzt auch noch mal zugute führen. Weil noch mal eine Passive wäre echt nicht schlecht. Du nutzt Energie in deine Stabs, um das unterstützen Magie. Außer jeder Standardangriff verkürzt seine derzeitigen Reakt... Ja, komm. Nimm mal mit. Hau ich ja eigentlich auch permanent raus. Gibt ja auch noch mal ein paar Punkte. Dann wollen wir mal ins Grab. Und uns dort mal ein bisschen umgucken. Das sind unsere Männer. Du meinst, das waren unsere Männer. Die Smaragdritter verflucht die Vergangenheit, den Ort, an dem Lügen geboren wurden, denn unter der Sonne fällt unser Volk. Die lande einst ein Geschenk ihrer Herren, werden nun gestohlen. Im Namen... So sind wir nicht mehr, wenn diese Worte dereinst gelesen werden. Okay. Hier hinten ist aber nichts weiter. Gehen wir einfach mal weiter. Mal gucken, was hier passiert ist. Ah, wir haben Gegner. Wenn er Tobi. Na gut. So, aber die haben ja jetzt wirklich eine Chance. Nämlich gar keiner. Das war's schon. Sehr gut. Obwohl da hinten ist noch einer. Oh. Und tschüss. Durchsucht sie. Vielleicht finden wir raus, wonach sie gesucht haben. Ja, haben wir ja gerade schon gemacht. Und ein Smaragd-Siegel bekommen. Hier ist aber sonst nichts weiter. Wofür brauchen wir jetzt die Smaragd-Siegel? Ist jetzt die Frage. Okay. Nee. Die Kette kann ich damit nicht öffnen. Jetzt sind wir in der Ritterhalle. Na komm mal mit. Mein Scharfschütze. So. Noch mal ein paar Blitze für dich. Und du platzt einfach weg. Tust du nicht. Ist das mal ein Schwein, dass du immun gegen Feuer bist. Ähm... Wo ist denn jetzt hier die Leiche hin? Hier war doch... Hier ist doch ein... Äh... Äh... Was? Was? So kann ich aber den Smaragd-Siegel nicht einsammeln. Weil er jetzt hier die Treppe runtergefallen ist, oder was? Jetzt machen wir ja nicht, dass das in der Treppe steckt. Das wäre mega schlecht. Ah ne. Ich hab's gefunden. Gut. Das heißt, wir müssen große Leute um... Eck bringen. Damit wir... Siegel halten. Neun Stück insgesamt. Na gut. Gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal hier hoch. Was wir hier so schönes haben. Auf jeden Fall hier hinten irgendwo ein Gegnerchen. Aber irgendwo tief im Keller. Oh. Ich darf doch mal... Das Flechtgewebe mitnehmen. Geht. Da hinten... Haben wir dann sonst noch irgendwas? Oh. Hier geht's ja auch nochmal weiter. Ah. Erstmal hier so ein bisschen umgucken. Das ist ein bisschen... Bewürmt der Aufbau hier. Steigt noch nicht durch, wo wir jetzt genau hin sollen. Hier können wir runterklettern. Dann tun wir es mal. Aber immer weiter hinterher. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Aha. Okay. So. Aber wir haben ja unseren wunderbaren Zwerg dabei. Der hilft uns doch immer mal aus, wenn wir eine verschlossene Tür haben. Okay. Was zu plündern. Schrott aus Kirkwall. Na gut. Nimm wir auch mit. Kann man zu Geld machen. Die gesegneten Gräber. Ah. Da haben wir nochmal so einen großen. Und nochmal was zu lesen. Die Smaragd-Ritter. Gedenkt der Vergangenheit. Sie ist alles, was bleibt. Denn für jeden Ritter wurde ein Same gepflanzt. Dessen Wurzel sich um jene ihrer Brüder und Schwestern schling. So verbleibt der Wald. Ein Abbild unserer Trauer. Meine Freundin hat mir mal von den Smaragd-Rittern erzählt. Sie hatten wohl feurige Augen und große, spitze Schwerter. Sie hatte keinen Sinn für dramatische Beschreibungen. Ja, ja. Tötet den Krieger. Gut. Wir haben aber da noch einen großen. Der einfach nur wegrennt. Warum auch immer. Das hat dir nicht geholfen. Hast du selbst gemerkt, ne? Dann war noch ein Pirscher. Tut mir ja leid. Hä? Achso, hier. Aufladen. Gut, warum kriegen wir hier Feuerchen? Mhm. Willenmalerei. Hier haben wir nochmal was zu plündern. Aber ansonsten, ich sehe auch gerade keine Rune oder so. Mal gut umgucken. Wer weiß, wann wir das brauchen. Suchen, wenn der Kompass pulsiert. Ja, das wissen wir doch schon. Hier muss doch irgendwas sein. Sehen wir uns mal um. Ein Smaragd-Siegel. Okay. Gut. Keine Ahnung, wie viele Teile wir jetzt insgesamt brauchen. Damit wir weiterkommen. Aber wir sind ja auch noch nicht überall gewesen. Wir laufen ja auch momentan eher so ein bisschen im Kreisel. Hallo, Herr Pirscher. Haben Sie uns nicht mitbekommen? Ne, hat er aber nichts bei. Aber warum ist er hier? Gerade hier auf dieser Ecke. Hm. Moment, kann ich da denn raufklettern? Klappt das? Ja. Ja. Ja, okay. Kommen wir hier oben hoch wieder. Aber was bringt mir das hier oben hoch zu kommen? Da haben wir wieder was zu lesen. Alternan, Teil 2. Ihr fragt, was mit Alternan geschehen ist? Das wissen wir leider nicht. Selbst unsere Behüter des alten Wissens haben keinen Bericht über die tatsächlichen Ereignisse. Es gibt lediglich Aussagen über die Tage vor dem Untergang und eine Geschichte über die Ränke der Götter. Die Welt der Menschen verändert sich, noch während die Elfen schliefen, Clans und Stämme wichen einen mächtigen Reich, das sich Tevinter nannte, und aus einem uns bekannten Grund auszog. Leven, äh, Leven zu erobern. Als sie die große Stadt Alternan überfielen, zog unser Volk aus Angst vor Krankheit und dem Verlust der Unsterblichkeit dem Fluch dem Kampf vor. Das Reich von Tevinter marschierte, unterstützt von Magie, Dämonen und sogar Drachen, ohne größere Probleme, in Alternan ein und zerstörte Wohnhäuser, Emporen und Amphitheater, die Äonen überdauert hatten. Unser Volk wurde versklavt und der Kontakt zu den Menschen führte dazu, dass jeder gefangene Elf sterblich wurde. Die Elfen riefen ihre Götter um Hilfe an, doch sie bekamen keine Antwort. Zur Erklärung, warum die Götter nicht reagierten, wurde uns nur eine Legende überliefert, die besagt, dass Fenrael, der Schreckenswolf und Herr der Schwindler, an die alten Götter von Gut und Böse herangetreten ist und einen Waffenstillstand vorgeschlagen hat. Die Götter des Guten sollen sich in den Himmel zurückziehen, während die Götter des Bösen den Schlund der Hölle aufsuchen würden. Beide Gruppen sollten das Gebiet der jeweils anderen nie wieder betreten. Die Götter ahnten nicht, dass Fenrael vorhatte, sie zu hintergehen. Und als sie den Plan des Schreckenswolf durchschauten, waren sie bereits in ihren Bereichen eingesperrt und konnten nie wieder Kontakt mit der Welt der Sterblichen aufnehmen. Natürlich ist das nur eine Legende, aber Elfen, die das Jenseits bereist haben, behaupten, dass Fenrael noch heute die Welt der Träume durchstreift und dafür sorgt, dass sie Götter nicht aus ihren Gefängnissen entkommen können. Wie auch immer, jedenfalls ist Alternan den selben Menschen in die Hände gefallen, die unser Volk bis dahin lediglich als Plage angesehen hatten. Man sagt, die Magister von Tevinter hatten mit ihren Ermorden, Zerstörungskraft, die Erde dazu gebracht, Alternan das Ganze zu verschlucken und damit Äonen von angesammelten Wissen, Kultur, Kunst zu vernichten. Alle Weisheit der Elfen war nur noch eine Erinnerung. Der Fall von Alternan erzählt von Gizael, Hüter des Rallyferen-Clans der Daelish-Elfen. So, aber wir machen jetzt hier euch nochmal kurz weg. Nechepirscher. Oh. Ja, der Bulle steht daneben, der Nächste bitte. So, wo ist jetzt meine Fackel hin? Die nehme ich wieder mit. Und hier haben wir noch eine Leiche zu plündern. Und jetzt kommen wir hier in die Smaragdgräben. Äh, nee. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier weiter gucken. Brauchen wir dieses Smaragdgräben? Ah. Gut. Bulle, ich darf doch mal bitten. Dankeschön. So, dann gehen wir hier mal kurz rein und gucken uns hier mal um. Machen wir erst mal Feuer an hier. Aha. Okay. Eine Tür mit Schloss. Ich gucke mich nochmal auf der anderen Seite um. Nicht, dass ich da irgendwas, äh, übersehen habe. Ah, da ist auch eine Rune. Okay. Empathie der Verlorenen. Eine knapp gefasste Zahl, äh, bewahren einen letzten Empathie für den Gefallenen. Nichts als Blut und zerfetztes Schleich. Doch eine Mutter kennt ihr Kind. Soran, Floridin, Enersal, Inaste. Hier hinten ist noch irgendwas. Ah. Gut. Jetzt können sie hier schon mal keine Risse mehr sammeln. Und dann, mein Lieber, na, machen wir uns mal die Tür auf. Was haben wir hier? Ah, hier ist noch eine Rune. Empathie für die Verlorenen. Zerbrechen und wanken im Dunkeln. Obwohl unvollkommen, war ihre Stimme ein Lapsal. Andale, vrolan, dien, enersal, inaste. Okay. Hier soll aber noch irgendwie was sein. Aber auch wiederum nicht. Gut, ich kann hier nochmal die Feuerstelle entzünden. Und eigentlich hätten wir die Tür gar nicht aufbrechen müssen. Na gut. Gehen wir jetzt nochmal hier hinten hin. Und jetzt sagt er mir, ich soll jetzt hier wieder runter. Dann gehen wir hier wieder runter. Aber ich sehe hier nicht, was hier sein soll. Hm. Hier war einfach mal hier in die Richtung runter. Da waren wir ja vorhin noch nicht hingelaufen. Aha. Ah, hier. So, Smaragd-Siegel und Aua. Ihr könnt mir doch nicht einfach Aua machen hier. Das geht doch nicht. Jetzt habe ich meine Fackel verloren. So, Fackel wieder ansetzen. Dann können wir nämlich hier die Feuerstelle wieder entzünden. Auch hier können wir nochmal entzünden. Und hier. Wurde es das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Erfordert Smaragd-Siegel. Hm, hm. Drei Stück fehlen noch. Mal gucken. Irgendwo müssen wir ja dann hin, dass wir die vielleicht noch finden. Es wird mit da angezeigt, obwohl da nichts mehr ist. Vielleicht oben rum. Andere Seite nur. Ah, nee. Wir sollten hier nur die Treppe rauf. Okay. Gut. Aber hier auf der Ecke soll noch irgendwo was sein. Drei Dinger fehlen uns ja noch. Kann vielleicht noch weiter oben sein. Hier hinten waren wir auch noch nicht. Okay. Das haben wir. Hier vielleicht noch irgendwie ein Rätsel oder so. Auch nicht. Dann fehlen jetzt noch zwei. Und die werden uns weiter hinten angezeigt. Das heißt, wir müssen wieder zurückgehen. Gut. Machen wir jetzt hier. Aber bevor ich jetzt wieder durch die Tür streite, nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein. Und bis dann.